Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video und zwar einem ganz kürzen Tutorial, wie ihr jetzt schon Titanfall spielen könnt. Ich habe so ein ähnliches Video mal mit Battlefield 4 gemacht und ich würde euch auch das Battlefield 4 Tutorial empfehlen, weil ich da das Ganze ausführlich mache. Weil ich aber nicht das gleiche Tutorial nochmal machen will, mache ich es jetzt etwas kürzer. Also wenn ihr auf, ich sag mal, ausführliche Tutorial steht, guckt euch das Tutorial in der Beschreibung an. So, jetzt als Beweis, dass es funktioniert. Hier, ich denke mal, das ist eigentlich so mit der beste Beweis. Und nochmal in Origin rein, hier nicht ausgegraut, zuletzt gespielt am 11. März. So, wieso funktioniert das? Also, wir haben ein Problem. Ich spiele euch zwar in den USA draußen, aber Origin erkennt, dass wir Deutscher sind. Und das ist in dem Fall ein ziemlich großes Problem, weil das Spiel bei uns erst in zwei Tagen rauskommt. So, das bedeutet, wir müssen dem Internet oder Origin einfach vorgaukeln, dass wir ein US-Amerikaner sind. Wenn ihr auf die Seite wismineip.de geht, werdet ihr auch hier verstehen, dass da Deutschland dran steht, sprich das Internet weiß, ihr seid deutsch oder so. Wenn ihr jetzt aber das Programm CyberGhost runterladet, das müsst ihr runterladen, installieren und alles, dann habt ihr irgendwann mal hierher. Dann müsst ihr bei simulierter IP eine suchen, also dann müsst ihr hin. Oder ihr gebt einfach bei simuliertes Land USA ein. Es kann sein, dass er hinter voll steht, dann müsst ihr einfach in einer Minute nochmal gucken, solange bis er nicht mehr voll dran steht. Und wenn ihr das gemacht habt, dann klickt ihr hier auf diesen Power Button, da läuft hier so ein kleiner Countdown runter. 60 Sekunden, um genau zu sein. So, und sobald ihr das gemacht habt und das so aussieht wie bei mir ungefähr, dann müsst ihr auf die Seite wismineip.de nochmal gehen. Und dann werdet ihr hier feststellen, dass da dran steht, United States. So, und dann könnt ihr eigentlich Origin neu starten. Es könnte ein bisschen buggy sein, wenn ihr nicht mehr so einen hohen Internetanschluss habt, zu sagen, weil euer Internet ja erst bis Amerika muss dann wieder zurück ist, jetzt auch hier. Ich habe 216 und Ping. Auf jeden Fall, das Internet muss ja erst hin und wieder zurück und deswegen ist auch alles ein bisschen langsamer. Wundert euch nicht, wenn Origin mal wieder ein bisschen mehr rumpackt als normal. Ihr könnt auch nebenher Skype etc. schließen. Da geht es auch schneller. Und noch zu rechts lag, das Ganze ist absolut legal. Ihr bekommt auch keinen Bann und die Polizei will nicht vor eurer Haustür klingeln. Keine Angst. Aber wie erwähnt, ich erkläre das 6 Minuten lang komplett ausführlich in dem Tutorial in der Beschreibung. Und da starte ich halt am Ende Battlefield. Dann stellt euch einfach vor, ich starte da Titanfall und dann ist das das perfekte Tutorial für jetzt. Nur das Problem ist, ich habe nicht so viel Zeit. Okay, nein, anders formuliert, ich will noch Titanfall zocken heute. Also Zeit hätte ich schon noch, aber nicht mehr so viel, dass ich dann auch noch zocken könnte, um ein richtiges Tutorial zu machen. Deswegen hier jetzt so ein kleines 3 Minuten Speed Tutorial. Ich hoffe, dass es euch aber trotzdem gefallen hat. Wie erwähnt, wenn ihr ein ausführliches wollt, ich kann es hier oft genug sagen, guckt einfach in die Beschreibung. Und ja, dann war es das auch von mir. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie sagt Dislike und Like und so. Ich hasse das selber, aber ihr solltet mir immerhin ein Dislike geben, wenn es nicht funktioniert und ein Like, wenn es funktioniert hat, dass ich das sofort sehe. Oder am besten schreibt einen Kommentar, da sehe ich es dann auch gleich. Damit ich einfach sehen kann, bei wie vielen Leuten es funktioniert hat, bei wie vielen nicht. Wenn ich sage mal, bei 10 Leuten es funktioniert hat, bei 4 nicht, dann nehme ich das Tutorial lieber runter und überarbeite es nochmal. Aber naja, ich habe jetzt ausführlich genug geredet, zumal ich das alles schon im anderen Tutorial gesagt habe. Aber naja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!